Moinsen Leute, was geht? Willkommen zum nächsten Part von Trackmania. Ja, wir machen wieder eine Runde. Ich weiß nicht, dieses Mal könnte es sein, dass wir gerade mal drei Strecken schaffen. Denn es ist eine Rundenstrecke dabei und ja. Ich will ja nicht, dass es wieder so langweilig wird. Und bevor ich hier lange rumlabe, fahre ich schon mal die erste Strecke. Okay. Die sieht irgendwie aus wie eine Rätselstrecke, daher... Wow. Okay. Ja, mhm. Okay. Und jetzt... Wow. Schön drüber. Uh. Nochmal. Nein. Nein. Ja. Ja. Wow. So. Und da drüber. Uh. Nein. Okay. Okay. Ähm. Ja. Dann let's fly to the moon, ne? Äh. Ja. Ich glaube, das hat's nicht gebracht. So. Dann fordere ich mal die Silbermedaille hier raus. Ähm. Ja. Äh. Über was soll ich schlabern? Achso, genau. Ähm. Ich hab mir jetzt so überlegt, da ich ja vorgestern oder vorgestern habe... Ne, gestern war das. Habe ich ja ein Let's Fail hochgeladen von Minecraft. Und, ähm. Wie ja schon Bobfish erwähnt hat, es ist ein Let's Fail Together. Und, ähm. Da würden wir halt so zwischendrin immer mal was hochladen. Also unregelmäßig, nicht regelmäßig. Wir wissen es noch nicht, weil das Problem ist eben, regelmäßig in... Also es gibt zwar regelmäßig Fails, aber es gibt halt jetzt nicht in den gleichen Abständen immer Fails. Und, ja. Deswegen. Also ich werde schon so ein, zwei Fails mal bestimmt wieder hochladen. Aber, ähm. Jetzt so direkt hintereinander kann ich euch nicht sagen. Weil meistens sind es ja dann nur so kleine Fails. Und, ja. Deswegen. Ähm. Ja. Und wird es diese Mal die... Ja! Genau! Wir haben auch die Silbermedaille gewonnen. Juhu! So, dann... Äh. Nicht andere Spieler herausfordern. Nein, nicht wiederholen. Ach, jetzt mach ich mal was mit der Maus. So, ähm. Nächste Strecke. Ja. Ähm. Aber ich versuche Trackmania und Minecraft jetzt regelmäßig hochzuladen, weil... Das sind ja so Sachen, die kann man regelmäßig machen. Muss man nicht, aber kann man. Also... Wow. Von daher... Denk ich mal, ist Minecraft... Also, ich weiß nicht. Ich hab jetzt so... Nur gesehen, dass ich ein Kommentar von, glaub ich, Hot Chili XX oder... Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hab ich einen Kommentar gekriegt, der sehr mitmachen will. Und, ja. Dann denk ich mal... Das wird schon lustig. Dann wird's nämlich ein Let's Fail Together hoch 3. Dann fehlen wir nämlich zu dritt und nicht mehr zu zweit. So wie das aussieht, schaffen wir heute gar nichts. Das ist mal so ein Problem. Das hatten wir mal so zwischendrin. Und wir nehmen schon die ersten 4 Minuten auf, also... Ich will doch nicht beenden. Aber ich muss... Oh! Cutting Blödes. Wow! Pfosten! So, und dann mal wieder schön ins Ziel. Ich bin noch ein wenig verschlafen. Ich bin eben erst aufgestanden. Und, ja. Es ist, wie es ist. Aber da ich jetzt noch Ferien habe, kann ich noch ein wenig Let's Playen. Und diese Strecke ist eine Endurance. Das ist... Das ist halt, ähm... Rundenstrecke. Und, ja. Dann... Sehen wir uns beim nächsten Part. Ich würde sagen, dann... Ciao! Bis zum nächsten Mal, Leute! Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü